Hallo Leute, Servus! Willkommen bei uns an Projekt CMDS. Ja, wir sind jetzt momentan wieder fleißig beim Bauen, weil wir Tag 60 sind. Da haben wir schon ein bisschen weitergebaut. Das Haus ist auch schon großteils ausgebaut. Ja, und der Säge ist auch dabei. Da ist Leidl. Ein neuer der Schmussetiger ist auch dabei. Hallo! Ja, dann würde ich sagen, der Säge macht unten da weiter. Ich werde die Stacheln setzen. Wir haben ja schon sehr viel abgebaut. Ähm, der Schmussetiger wird uns ein bisschen Ausschau halten wegen Wölfe oder Zombies. Mhm. Einfach dann Bescheid sagen. Mach ich. Und ja, dann gehe ich mal da einen Raum runter. Au, 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 au. Ach, das geht. So sehe ich, dann baue ich jetzt die Stacheln. Alles passt gut. Machst du noch Eisen dabei? Ja, was noch? Jupp. Muss man dann geben, dann kann ich sie gleich hier aufwerten. Ja, wo, wo? Ja, wo sind sie denn? Ja, da. Er weckt. So, ich werde euch den Link dann von, halt besser gesagt, dem Servernamen auch unten rein posten. Könnt ihr gerne mitspielen. Ist ein öffentlicher Server. Wir müssen uns nur jetzt beeilen, weil der Blutmond ist in drei Tagen wieder. Ja. Wir haben noch zwei Seiten. Noch zwei Seiten. Oder sehe ich? Ja. Komm mal. Gut zufällige Sturlampen. Weil ich siehe. Na leider. Warte, ich kann ja mal hier oben im Lager schauen. Vielleicht kann ich irgendwie einen Helden drin. Ja, war fein. Warte, geh mal da hoch. Ich bin auch wieder da. Ja, war fein. Auto haben wir auch schon, die Garage haben wir auch schon vergrößert. Schaut jetzt schon mal ein bisschen angenehmer als. Ordentlich gefarmt. Na leider, ich hab nix da. Sehe ich. Ah ja, ich hab noch etwas da. Oder? Nein, geht nicht. Ich hab nicht geworfen. Hm. Ich hab leider nix. Ist kein Problem, du musst ein bisschen längs machen. Wo ist der Digga? Nein. Komm mal her. Geh mal da zum Eck rüber. Stell den mal da hin. Und leucht mal Matteo ein bisschen runter. Wenn er was sieht. So. Zack. Ja, Leute. Wir müssen halt ein bisschen vorarbeiten. Auch außerhalb der Videos. Weil wie gesagt, auf dem Server ist halt... Die Leute sind immer online. Die Zeit geht immer hoch. Und wir bekommen halt extrem stresst. Deswegen machen wir halt außerhalb der Videos noch ein bisschen weiter. Unser Digga, stell dir mal recht auf. Ich bitte. Ich glaube, ich mach ein bisschen neu. Ja. So. Ist halt immer das Wichtigste. Sehr viel Looten bei dem Spiel. Weil sonst... Ist es gleich am Arsch. Ja, da oben haben wir derweiligst die... Äh, sagst du ja, Asphaltbrücke gelassen noch. Dass man rüberkommt. Und es gibt ja die... Elektrischen... Großen Brücken. Die kommen dann später. Das Material haben wir leider noch nicht. Stopp, 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 stopp. Hör da. Drei Fuß. Ja. Kommen wir den dann noch weg. Und mach bitte zuerst die Wände. Dass wir... Da kleine... Dass wir auf wenigstens die Vorderseite als erstes fertig haben. Da bin ich immer ein bisschen zu weit rein. So. Dann können wir alles auffüllen. Abstitzen noch. Hm, wot? Was? Ja, die stitzen so. Dann kannst du die ganze Erde da wegbauen. Und so, da lau. Langsinnens froh, Mann. Wo ist der Tiger? Oben alles rutschhaft? Alles rutschhaft. Ja, der Philipp ist heute nicht online. Aber da kommt die Tage wieder. So... Au, au, au! Wenn ihr fragt, warum wir die Stacheln auf den Kopf stellen, es geht darum, die Zombies bekommen Gleichschaden. Und wir können auf die Stacheln noch andere Sachen drauf bauen. Wenn die Spitzen nach oben sind, funktioniert es nicht mehr. Sigi, hast du noch Eisen? Nein, ich hab da wie ganz eben. Ah, ist alles weg. Dann muss ich kurz schreien. So, dann machen wir los. Kann man uns am Übergang auch wegbohren oder bricht dann die Brücke zusammen? Ähm, lass das noch. Nein, lass das einfach. Da machen wir nichts, weil das machen wir dann später. Muss ich selber erst schauen. Das machen wir dann, wenn wir die Brücke haben. Hm. Oh. Oh no. Perfekt. Da brauchst du nicht, da brauchst du nicht, da brauchst du nicht. Oder, ähm, Sigi macht's doch weg. Dann machen wir da gleich alles, ähm, mit der, oder? Wie hab ich denn dabei? 203. 2... 2... 3... 2... So. So. Danke, kannst du mir auch mal hochleuchten, weil ich sieh's nicht, ob ich so ganz ne... Jo, so. Ja, passt schon, fertig. Perfekt. Perfekt. Du meinst, Steve. Du meinst, Steve. Du meinst, oder? Du meinst, wenn du... Wir machen da jetzt auch nur Holz momentan, weil wir noch zu wenig Materialien haben für die Wände und es wird dann alles aus Beton gemacht. Ups, was ist aber da? So, da, ah. Okay. Perfekt. Du bist ein guter Taschenlumpe? Ja. Du weißt, wo es ist. Perfekt. Ich brauche da ein paar Waffen. Ja, der Staureinsatz. So, weiter geht's. So, wir haben jetzt sonst nur entschlossen, dass wir momentan die Verteidigung so bauen. Und es ist einfach, wie soll ich es jetzt am besten sagen, heftig gewesen, der vorige Blutmund. Und da haben wir nicht gewusst, schaffen wir es jetzt oder nicht. Und da haben wir nicht gedacht. Weil Munitionsüberschuss haben wir ja auch keinen. Ich wusste, Digga, ich glaube irgendwo ein Sammelgehörer könnte sein. Also, wo ich jetzt gerade stehe, ist keiner. Ich gucke nicht genau rum. Also, wo ich jetzt gerade stehe, ist keiner. Ich gucke nicht genau rum. Da. Um. Ja, so. Du gehst da raus. Du bloß mehr. Du. Du blieb. Du blieb. Du blieb. Ja, musst du schauen. Ich gehe gleich ins Haus reinschauen. So, mal schauen, ein bisschen Sprit werden wir noch übrig haben, hoff ich. Nein. Ja, 1329 haben wir noch. Ich bin unterwegs. Ah, du hast runter. Super. Bitte. Zombies kommen. Wo? Von vorne auf die Blaze mehrere. Jo, wann haben wir Krippel? Oh. Ah, ist ja nur, sind die nicht so viele. Einmal. Zwei. Achtung, geh weg! Mach mit denen ein bisschen mehr Schaden als mit der Steinachs. Ja, das kommt davon, wenn man mir reinspringt. Sorry. Mach nix. Wenn ich in meinem Blut raus spiele mit den Zombies, darf mir niemand in den Queren kommen. Das war keine Absicht, Musetiger. Kein Problem. 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 Musetiger dafür schenkt dir nächstes Mal eine schöne Waffe. Ja, weil es keine Absicht war. So, Entschuldigung Leute, wir müssen kurz was trinken. So, Okay. So, Okay. So Leute, aber die Folge ist schon wieder vorbei. War so schnell verloren. Ja, die ist wieder schnell vorbei gegangen. Und sag mal, leider ist die schon vorbei. Und so freut es, wenn ihr ein Kommentar hinterlasst oder ein Like da lasst. Könnt uns auch gerne bitte abonnieren. So. Wie gesagt, ist kostenlos. Und ja, und ich sag mal, wir hört uns in der nächsten Folge. Servus. 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 Servus.